Ich bin Felix Brunner vom Lohnunternehmen Brunner. Wir sind in Ostrach, das ist 30 Kilometer nördlich vom Bodensee. Wir haben bei uns hier eine kleinstrukturierte Gegend und eine Hauptaufgabe für den Pflanzenschutz. Wir haben zurzeit fünf Amazonenmaschinen laufen. Im Hintergrund die zwei Hauptmaschinen mit Einzeldüsenschaltung. Dann haben wir noch zwei alte UF 1200 Metallbreitenschaltung und noch eine eingehängte UX. Kulturen sind hauptsächlich Getreide, Raps und Mais, aber natürlich auch Zuckerrüben. Die Hauptverteile der UF Spritze sind bei uns die kompakte Abmessung, was die Transportbreite und die Transporthöhe angeht. Und natürlich auch die einfache und übersichtliche Bedienung am Smart Center. Das ist sehr einfach zu bedienen und eine sehr gute Absaugleistung. Zum Beispiel Kleinigkeiten wie die Abtropfhilfe für die Kanister sind sehr hilfreich im Leben. Und die Abdeckung, da ist einfach alles sauber vor uns. Wir haben bei uns sehr viele kleine Flächen, müssen deshalb oft klappen. Wir können nicht einzeln klappen, wenn mal ein Hindernis kommt. Und dabei ist wichtig, dass wir schnell klappen, sauber klappen und verschleißfrei, was uns die Amazone-Maschinen machen, sogar unsere 18 Jahre alte Spritzen klappen wie neu. Die Hauptkunden sind 15 Meter. Das können wir mit beiden Spritzen, die wir hier haben, machen. Und dann können wir noch 18 machen und 21 mit den zwei Einzeldüsen-Schaltungsspritzen. Wir haben Kunden, die sind extra wegen der Einzeldüsen-Schaltung zu uns gekommen. Und unsere bestanden Kunden lernen das auch nach und nach immer mehr zu schätzen. Zusätzlich ist für uns als Lohnunternehmer sehr hilfreich, da wir zu 100% sagen können, wir haben eine saubere Arbeit gemacht. Du weißt, du hast jedes Eck gespritzt, du hast kein Eck vergessen, du hast nichts überlappt. GPS ist ein sehr wichtiger Baustein. Man kommt entspannt abends heim, man hängt vielleicht nochmal ein paar Hektar hin, die man sonst nicht mehr gemacht hätte. Und auch in der Mitarbeitersuche ist ein wichtiges Argument. Also mit der neuen Technik bekommen wir es einfach 100% sauber verteilt und die Spritze komplett leer fahren, was uns beim Kulturwechsel enorm weiterhilft. Kontinuierliche Innenreinigung ist für uns sehr wichtig, da wir von Kultur zu Kultur oft wechseln müssen und eine saubere Spritze brauchen. 100% gereinigt und das noch relativ schnell. Wir sind sehr zufrieden mit Amazone. Wir fahren seit 1996 ununterbrochen Felsspritze von Amazone. Wir haben auch andere Amazone Geräte. Nächstes Jahr wird schon wieder die nächste Spritze kommen. Wieder die gleiche wie die zwei Spritze hinter uns, nur zusätzlich mit Fronttank, dass wir einfach ein komplettes System haben.